Musik 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 Hallo, mein Name ist Fabian Barthel. Ich bin von RTT, Real-Time Technology. Wir sind ein Unternehmen, das Echtzeitsoftware herstellt. Das heißt, wenn Sie Konstruktionsdaten haben, wir hauchen dem ganzen Leben ein und geben dem alle Attribute der Realität. Das heißt, manche Realität, Licht, Farbe und das Ganze in einer Echtzeitszene, sodass Sie mit ihr interagieren können. Das heißt, Sie können Geometrie durchwechseln, die Szene verändern und Sie sehen sofort das, was Sie verändert haben. Das ist das, was unsere Software macht. Musik Die typischen RTT-Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Industrien. In erster Linie aus der Automobilindustrie, aber auch Luftfahrindustrie, Konsumgüter, auch Textilindustrie. Jetzt endlich heute überall dort, wo Sie Konstruktionsdaten produzieren und im Bedarf an Visualisierung haben, das ist mittlerweile überall, sind wir an der Stelle. Insbesondere, weil wir auch Antworten auf sehr spezifische industrielle Problematiken finden, sind wir sehr, sehr stark in den industriellen Prozessen etabliert. RTT-DeltaGen ist unser Kernprodukt. Das ist die Visualisierungsengine, aus dem man aus den Konstruktionsdaten eben rechtzeitig visualisieren kann. Drumherum haben wir zahlreiche Module, mit denen Sie sehr spezifische Fälle lösen können. Also zum Beispiel Ergonomie-Analysen machen können, mit denen Sie Fluidynamic-Analysen machen können. Sie können direkt aus unseren Produkten Konfiguratoren erstellen oder Bildproduktion in hoher Qualität erstellen, automatisierte Bildproduktion. Letztendlich ist alles möglich. Es kommt nur auf die Definition der spezifischen Prozesse an. Das ist eigentlich ein Kernaspekt von dem, was wir bei RTT machen. Wir finden dann Antworten auf sehr, sehr spezifische Problemfälle bei unserer Kunden. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, kommen Sie einfach auf unsere Webseite www.rtt.ag. Wir freuen uns auf Sie. 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 Vielen Dank.